Fällt eine private Berufsunfähigkeitsrente ab 2023 unter die neuen Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, das Thema Hinzuverdienst an EM-Renten ist immer ein Dauerbrenner, aber ich kann Ihnen eines sagen, private BU-Renten werden grundsätzlich nicht als Hinzuverdienst nach § 96a SGB VI an EM-Renten angerechnet. Sie gelten schon dem Grunde nach nicht als Hinzuverdienst, als anrechenbarer Hinzuverdienst. Deshalb spielt es auch gar keine Rolle, ob Sie heute oder 2023 eine private BU-Rente beziehen. Diese wird grundsätzlich nicht an eine EM-Rente angerechnet, denn sie ist weder Arbeitsentgelt noch Arbeitseinkommen noch vergleichbares Einkommen. Also bitte merken Sie sich, private BU-Renten werden nach aktueller Rechtslagestand 15.12.2022 nicht an eine Rente wegen Erwerbsminderung angerechnet. Auch nicht an eine Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.